Hallöchen und willkommen zurück zu GTA Online. Heute mit dabei, Nextrap, der Onkel und auch Ameisen23. Hallo erstmal an euch. Servus. Servus. Schnitzel, jawoll. Und natürlich auch hallo an alle anderen, die hier mit in der Lobby gerade sind und mitspielen. Ja, wir machen wieder ein Rennen. Supercar Big Air. Oh mein Gott. Wenn wir ein Schnitzel haben, kriegst du, wenn du gewinnst. Wenn du gewinnst, kriegst du ein Schnitzel, bringe ich dir heute noch von Onkel frisch gemacht. Was für ein Schnitzel? Keine Ahnung. Was? Ich hätte gerne ein Schnitzel-Hohlstein-Art. Das ist mein Lieblings-Schnitzel. Was ist frisch? Nach Hohlstein-Art. Okay. Nö, nö. Ich hab nicht. Hab ich krass vercheckt? Hat er nicht. Hat er nicht. Was ist ein Hohlstein-Art? Ja, also das letzte Mal, wo ich das hatte, das war eigentlich so ein recht schmaltes Schnitzel. Nur die Panade. Und das war richtig schön knusprig und mit sehr viel Panade. Achso, ja. So mag ich es. Schwarz ist aber knusprig. Also es ist wie ein Wiener Schnitzel-Schnitzel-Mäßig plus halt ein schmaler Schnitzel. Umso knuspriger ist das. Ja, muss ich mir mal. Also so mach ich mir das eigentlich auch. Ich mach es mir auch immer ein bisschen dünner, als es eigentlich sollte. Ja, du machst die auch selber. Ich kaufe die mir nur. Traurig. Aber man spart Zeit, ja. So, ich bin bereit. Boah, ich hab 108 Rennen gewonnen und 213 verloren. Ich hab 4 gewonnen und 62 verloren. Boah. 119 gewonnen und 95 verloren. Oh man. Binge der Milch. Super-Crash-Big-Air. Jetzt, jetzt. Das wird hier. Wo starten wir denn bitte? Keine Ahnung. Ich krieg keinen Super-Start. Auf der Straße. Ach, das. Ach, wirklich? Really? Oh, ja. Klatscht mich direkt weg, du Pfeife. Der Prinz wieder. Ey. Ey, ihr seid doch... Der grüne Edda, der muss geschnappt werden. Steve J. Hier, Alter. JPG. Juhu. Wer war denn das denn, Rot? Ich wandel dich jetzt in den PNG, du. Naja. Boah, wer ist denn das? Dieser Let's-Play-Prinzer. So, ich hab ihn gegen den Bauchnerz. Ich hab mich auch gerade weggeschleppt. Hi, die Gitarre. Oh, die Gitarre. Ich fahr extra gemütlich rechts neben dir lang. Und was machst du? Rammst mich einfach weg. Alter, ich bin über ihn. Ich hab ihn noch als Schau... Äh, Alter. Rampe in der Luft genutzt, den Typen eben. Bitte, bitte überleb, überleb. Ja! Nein, schon wieder irgendeiner, der mich da wegpufft. Ja, ich lande genau zwischen den Bäumen. Alter, wie weit soll man denn da noch runter? Los, Karre. So. Nein, ich wurde überholt. Ich bin voll in dich reingeflogen. Du eben... Achso, ja. Das hab ich auch noch mitbekommen eben. Ich bin die Annoying Orange hier. Annoying Orange? Auid. 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 Ja. Auid. Ich hab mal richtig geguckt. Ich hab's gesehen. Nein, wieso? Jetzt erstmal hier, ne? Windschacke erstmal, ja. Hat gescheatete Nitro benutzen? Was? Ja, voll in mod hier. Yo, er hat verkackt. Juhu, tschüss. Oh nein, da kommt ein Onkel. Hau ab. Hallo. Rann mich nicht, Alter. Guck mal, was ich jetzt mach. Nein. Nein, ich wollte den da weg. Ey, schnell. Ey, ist nur Platz. Ey, nein. Ich blockier alles. Nein, ey. Oh Mann, ey. Das ist so ärgerlich. Hast du dich gedreht dort? Oh Mann, der Typ hat mich weggeschubbt. Ich bin extra schon weiter links gefahren. Ey, und jetzt komm ich hier oben noch nicht mal über die Brücke, weil ich zu wenig Speed hab. Du kannst hier niemandem vertrauen. Weit springt der Wagen gar nicht, ey. Nur die wenigsten kommen hier so weit rüber. So. Oh Gott, jetzt bin ich hier auf dem achten, Alter. Auf dem achten, Alter. Alter, ich bin genau zwischen dem Zaun in der Lücke gelandet. Oh. Oh, 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 oh. Alter. Scheiße, Alter. Mein Alter fliegt irgendwie nicht so weit. Stimmt, die Nosspullen. Zu schwer, ja. Hast du, denke ich, mal ein bisschen ausgetauscht mit, äh, Milchpullen. Ja, der ist schon wieder auf den ersten, ey, du hattest... Oh, ist ja unglaublich. Milch direkt ein Spritz an mir. Du hast glaube ich an, ja. Oh, oh. Oh, wenn man da aufs Dach muss, dann haben wir ein Problem. Oh, shit. Ich bin auf der Brücke gelandet. So eine Scheiße. Ey, ich bin jetzt in dem Zaun. Oh Gott, das gibt's doch nicht. Komm ich irgendwo runter? Ich explodier erst mal. Da kommst du gar nicht so richtig rüber, ey. Wie soll man denn so weit fliehen? Keine Ahnung, ey. Ich bin sowieso weg hier. Ich hab keine Chance mehr, irgendwas zu machen. Ich wurde leider weggeschubt. Aber ist ja egal, ich hätte ja auch keinen Kontakt machen können. Ach, da hinten. Ach, das ist jetzt der Riesenjump. Wo ist hier die Rampe? Ich seh die Rampe nicht. Oh, ich hab einen geholt. San Sebastian. Wow. Holy shit. Ausgerechnet der Crasher gewinnt. Nein. Der hat der Grüne gewonnen? Äh. Der Prinz? Ich weiß gar nicht genau, wer gewonnen hat. Der Grüne hat mich... Der Prinz, der hat mich am Anfang schon weggekickt. Ach, hier ist der Grüne. Denken war das. Tschüss. Jetzt... Ah, ha, 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 ha. Steven ist aber auch grün. Darkstall ist auch grün. Nee, das war ein grüner Edda. Ein grüner Edda war das irgendwie. Voll viele grüne Edda mitgefahren. Ach so. Ja, dann sorry. Denken fehlt was das dann noch nicht. Ja, 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 ja. Also da hat der einen großen Rampe vorhin, das war Steven. Ja, genau, Steven war das. Genau, Steven war das. Sorry, wir denken, das war Steven. Diese fucking Rampe. Ey, ich guck jetzt jemanden zu, der steht. Äh, wie kann ich Spüler wechseln? Okay. War meister. War nämlich nicht geradeaus zu hochfahren. Du bist Achter, zumindest nicht Letzter. Und zumindest auch mal durchs Ziel gefahren. Und das Rennen beendet. Juhu. Hätte ich nicht abgebrochen, wäre ich noch 13. Also hätte ich nicht respawnt. Also bin ich gleich 14. Ja, herzlichen Glückwunsch. Auch wenn, ja. Los geht's. Weiter geht's, meine ich. Aber dieses Big Air war diesmal nicht so pralle, fand ich. Ging. Mich hat bloß die eine Stelle da wieder geärgert. Ich dachte, wir können so cool nebeneinander so hochfahren. Ey, und der an der Kante schobt irgendwie nach links. Obwohl das Ding breit genug war für zwei Autos. Das hat er auch gemacht mit diesen Sandbastieren. Oh mein Gott. Küstenspaß in Vespucci. Wollen wir das machen oder das? Können wir machen. Oder Sultans of Swing. Pass auf, ich zeig dir jetzt was. Ja, warte. Achso. Ja, dann los. Nein. Ne, was denn jetzt? Ne, weiß ich auch nicht. Ja, super. Das ist das Match. Ne, das sind doch Rennen hier alles, oder nicht? Das war ein Deathmatch, glaube ich. Ja. Hm, super. Team Deathmatch. Oh nee, wir haben ja Auto-Aim. So ne Scheiße. Oh, noch krasser. Wir machen 5 Minuten, oder? Ja. Maximal 25 Kills. Gamer Text. Ich mach nur aufnehmbare Waffen, oder? Kannst du mehr Teams machen? Was ist denn schon der Film? Äh, eins der Teams? Ne, kann ich nur zwei. Schade. Das wäre eigentlich recht cool, falls man so vier Teams machen könnte. L, L, L. Okay, alles klar. So lassen wir das, ne? Einschränk bestätigen. Alle da. Wunderbar. Los geht's. Das küsstens Spaß in Vespucci. Vespucki. Vessushi. Vessushi. Wo gibt's Sushi? Ich hab Hunger. Was? Ekel, ich frag das nicht. Sushi mit Schnitzel, das ist doch was Feines. Bach. Was? Typisch. Wie wär's mit Sushi nach Wienerart? Wiener. Wiener Sushi, ja. Also willst du das doch... Achso, okay, naja, dann hau mal rein. Versuch mal. So, bereit. Sind wir in einem Team? Nö. Doch, ich bin mit Arten. Ich bin... Ja, mit Next Trap. Next Trap ist auch da. Ach doch, dann sind wir alle in einem Team. Ja. Bloß, das werden nicht alle angezeigt. Ich seh nur Next Trap und die 23 von dir am meisten. Ist schon die geile Maske. Genau, die Maske. Die ist auf jeden Fall cool. Ich muss ja auch mal ein paar Masken fit machen. Den Onkel hab ich nicht gesehen. Ich hab den Onkel auch nicht gesehen. Hm? Ist ja mal im gegnerischen Team. Vielleicht. Ja, dann haben wir ja verloren. Lalalalalalalalalala. Oh Gott. Das Geile ist... Kann irgendwer Ziele aufdecken? Da sind sie schon. Das geht. Oh, 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 oh. Der Onkel rennt über rechte Seite. Hä? Zumindest war dein rotes T-Shirt. Na, wer guckt denn da die ganze Zeit daraus? Boah. Alter, Kopfschüsse kann man ja hier überhaupt nicht machen. Ja, denken. Nee. Techno-Zombies. Ich hab da nur 30 Kopfschüsse mindestens hingeschossen. Aber nee. Oh, ich glaub, ich krieg gleich aus dem Maul. Nee, ich hab jemanden bekommen. Jetzt muss ich auch ganz schnell weg. Wie ich denn hier? Scheiße, ich hab nur ne Knarre. Ich hab nur noch ne Knarre. Was war das denn? Ey, ich schieße einen Techno-Zombie in den Rücken. Heiz da drauf. Er dritt sich um. Bin tot. Dieses Auto-Aim. Ist der Auto-Aim drin? Ja. Ach so. Okay. Ich hab auch keine Muni mehr gleich. Ich hab schon die ganze Zeit keine Muni mehr. Oh nee, ich bin gleich tot. Oh, ich kau dir meine Waffe auf den Kopf, wenn er um die Ecke kommt. Oh, so wohin kommt irgendwer. Die klettern hier hoch, oder was? Ja, ja. Renn, hau ihn. Juhu. Nein, schade. Schade. Aber ich konnte den einen umhauen. Ja, unser Team ist ja wieder sehr gut. Aber ich kann auch grad gar nichts machen hier. Ich bin sowas von hilflos. Jo, ich auch. Ah, das ist ja so ne Kuh. Nein. Wo sind die denn genau? Hier über... Ah, muss ich wieder nach links rennen. Ab in die Action. Oh, ihr habt gleich gewonnen. Noch zwei Kills. Ich hab gar nichts gemacht, ey. Noch ein Kill. Ich stand hier hinten. Na, endlich nach tausend Schüssen. Oh, ich bin so gut wie tot. Ich will da auch nicht unbedingt jetzt rein rennen, aber... Ah, mein Schott. Oh, doch nicht. Ich hab mal weggesniped. Oh, Ungelebt. Ah, nee, das ist einer von uns. Schade. Sorry, ich bin auf jeden Fall... Auf jeden Fall mit Schuld gewesen. Wer hat, wann war das vorhin da mit verloren? Ich bin nicht mehr gestorben. Du... Fui! Herzlichen Glückwunsch! Techno-Zommie sieht auch nicht aus wie so ein Techno-Zommie. So, das war's dann auch wieder, oder? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Gucken wir in den nächsten Folgen ja nochmal ein bisschen was machen, so in Richtung Deathmatch. Oder Rennen halt, ne. Alles klar, dann würde ich jetzt schon mal sagen, tschüssi und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.